Einschlagende Veränderungen im Hü. Die Wahl zum neuen Bürgermeister rückt stetig näher. Am 26. September ist es soweit. Denn an diesem Tag wählt die Einheitsgemeinde Hü ihren neuen Bürgermeister. Insgesamt stehen fünf Kandidaten zur Wahl. Einer von ihnen Michael Richter. Der seit 2014 im Gemeinde- und Ortschaftsrat sitzende Bürgermeister von Eilenstedt möchte nun diese Chance entgegennehmen und sein Amt als Bürgermeister vom Hü erweitern. Ich bin 2014 hier ehrenamtlich als Mitglied des Ortschaftsrates eingetreten. Bin dann auch in den Gemeinderat eingetreten und bin jetzt in der zweiten Amtszeit Ortsbürgermeister und Gemeinderatsmitglied und mache das alles im Ehrenamt und mache das auch gerne. Und jetzt besteht die Chance, das beruflich, hauptamtlich zu machen und die würde ich gerne ergreifen. Also wir haben elf Ortschaften, die hier im Hü dazugehören. Es heißt zwischen Hü und Bruch. Das heißt, wir haben fünf Ortschaften, die am Hü entsprechend sich befinden und wir haben sechs Ortschaften, die sich im Bruch bewegen. Doch als Bürgermeister der Gemeinde Hü kommen auch einige verantwortungsvolle Aufgaben auf den neuen Amtsträger oder die Amtsträgerin zu. Als langjähriger Bürgermeister von Eilenstedt kennt Michael Richter, der als technischer Leiter für die Medienanstalt Sachsen-Anhalt arbeitet, die vielen Probleme in seiner Region. Beispielsweise sind die hohen Benzinkosten für viele Menschen im ländlichen Raum ein großes Ärgernis. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns, weil wir alle Pendler sind. Wir arbeiten oder viele von uns arbeiten außerhalb und wir brauchen natürlich Ladestationen, wenn das jetzt das E-Auto ist. Ob das dann die Lösung ist, können wir heute noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wenn diese Spritpreise weiter steigen, wie wir dann zurechtkommen hier in der Region. Ja, Leerstand ist ein Thema überall in den Ortschaften. Wir haben seit Jahren dieses Problem, dass diese Flächen nicht frei sind. Da stehen auch noch teilweise Gebäude, die dort zusammenfallen. Meine Idee zu dem Thema ist, dass wir dort eine Plattform schaffen, wo diese Grundstücke erstens erfasst werden und zweitens dort Investoren gesucht werden, die zukünftig dort neue Bauten errichten können. Das heißt, es nützt uns nichts, irgendwo am Rand neue Neubaugebiete zu etablieren, sondern wir wollen den Kern der Ortschaften, so wie er entstanden ist, erhalten, so dass die Höfe, die alten Bauern, Häuser alle wieder funktionieren, natürlich mit heutiger Ausstattung. Die Landwirte haben das Problem hier im Hü mit den Niederschlägen. Das ist ein Thema. Das heißt, bei uns sind viele Felder, die seit Jahren kein Wasser gesehen haben, kämpfen damit. Ich hoffe, dass alle Landwirte weiterhin dabei bleiben. Wir brauchen sie. Sie gehören hier mit zur Region und wir unterstützen, wo es möglich ist, was machbar ist. Ein Projekt, auf das der kandidierende Bürgermeister sehr stolz ist, ist die Sanierung des Allenstädter Freibads. Für rund 20.000 Euro konnte das Freibad saniert werden. Dadurch können es Touristen und Einwohner aus dem Hü auch zukünftig nutzen. Sollte er die Wahl gewinnen, wird sich Michael Richter allerdings nicht nur um das Wohlergehen der Leute in Allenstädt sorgen, sondern im gesamten Hü. Doch auch vor dieser gewaltigen Aufgabe schreckt der seit 2017 im Ehrenamt arbeitende Bürgermeister nicht zurück. Die Menschen bewegt, dass sie früh ihr Haus verlassen, zur Arbeit fahren, zurückkommen, irgendwann spät. Und sie möchten, dass ihre Kinder sicher zur Schule, zum Kindergarten kommen, dass sie überall gut einkaufen können, dass sie hier gut leben können. Dass wir gemeinschaftlich agieren, dass wir viele interessante Veranstaltungen gemeinsam erleben können und, und, und. Also wir haben insgesamt vier Freibäder hier in der Gemeinde Hü. Die sind sehr wichtig für das Zusammenleben, weil sie in den Sommermonaten der Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien sind. Und was ich noch viel wesentlicher finde, viele Kinder haben bei uns hier im Freibad in allen Städten schwimmen gelernt, in den anderen Bädern ist es ähnlich. Also Schwimmunterricht, Schwimmen lernen ist natürlich wichtig und wird auch hier vermittelt. Tourismus ist auf jeden Fall ein Thema hier bei uns im Hü. Wir haben einen Verein zwischen Hü und Bruch. Dort werden zum Beispiel die Wanderwege im Hü beschildert, mit Bänken ausgerüstet und, und, und. Und wir haben immer mehr Möglichkeiten hier auch zu übernachten. Es gibt inzwischen sehr viele Unternehmer, die entsprechende Betten vorhalten, damit man hier in dem Hü nicht nur spazieren gehen kann oder auf dem Radweg unterwegs ist. Man kann hier auch übernachten. Was macht denn diese Ortschaften hier im Hü so lebenswert? Als erstes natürlich die Menschen, die hier leben. Sie sind freundlich, man kann aufeinander zugehen. Wir feiern auch hier viele Feste gemeinsam und natürlich die Landschaft. Wir haben den Hü, wir haben das Bruch und das begeistert viele, solche Landschaften zu haben, ohne dass sie zugebaut wurden. Michael Richter möchte gern mit seinen Projekten und innovativen Ideen den Hü noch attraktiver gestalten. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Eilenstedt ist in der Region sehr bekannt und gut vernetzt. Daher stehen seine Chancen nicht schlecht, die Wahl zu gewinnen. Es gibt verschiedene Dinge, die ich unbedingt realisieren möchte. Natürlich möchte ich, dass die Jugend hier uns nicht verlässt, wenn sie die Schule verlassen, sondern dass sie möglichst hier eine Ausbildung finden, dass sie hier bleiben. Dass sie natürlich als Schüler auch eine Beschäftigung am Nachmittag haben, sodass man dort in Arbeitsgemeinschaften sie heranführt an ein Leben dann mit entsprechender Ausbildung. Das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Natürlich würde ich oder werde ich den Radwegeausbau vorantreiben, denn es ist wichtig, dass dort auch die anderen Ortschaften, die heute noch keinen Radweg haben, hier von unseren elf Ortschaften mit angeschlossen sind. Dass das wirklich vernetzt ist. Was mich auch bewegt, ist das Thema Digitalisierung. Ich denke, dort hat auch die Gemeinde noch Ressourcen, wenn man nämlich Digitalisierung weiterlebt, dann kann man wieder Arbeitskräfte freimachen für andere Verwaltungsaufgaben. Das ist ein Thema, was ich gerne übernehmen möchte. Ich sehe auch den Internetausbau als wichtig. Wir sprechen jetzt nicht über einen DSL-Anschluss, sondern einen Glasfaseranschluss. Es gibt immer mehr Firmen und es gibt immer mehr Selbstständige, die arbeiten von zu Hause. Und dort brauche ich einen richtigen Glasfaseranschluss, damit wir hier in der Region auch solche Arbeitsplätze zukünftig anbieten können. Mit der kommenden Wahl am 26. September rückt eine neue, aufregende Zeit für die Gemeinde Hü und seine Bewohner immer näher. Ob sich Michael Richter gegen seine vier Konkurrenten durchsetzen und seine Pläne in die Tat umsetzen wird, liegt nun einzig und allein an den Stimmen der Wähler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017